Der Kandidat hat 100 Punkte. Wenn's reicht. Wieso erkennst du mich? Déjà vu. Respekt, die wenigsten kriegen mich mit. Ich hatte genug Gelegenheit. Man könnte fast sagen, ich bin ein Fan von dir. Und? Gibt's einen Fanclub von mir? Meine Teenie-Kreiszeit ist lange vorbei. Wir sind erwachsen. Lassen wir den Plura. Lass uns spielen. Viva Las Vegas de nada. Farsch mich nicht. Vева Las Vegas de�를. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Die Schuhe! Die hier kann ich unmöglich dazu anziehen. Das ist egal. Hier, das für dich. So kann ich nicht rumlaufen. Ich sehe aus, wie er... Du siehst sexy aus, verdammt nochmal. Das weißt du ganz genau. Stell dich mal nicht so an. Vielleicht fällt's auf. Das war's! Siehst du wie in der Woche ein auf.